Ja, also, da bin ich noch mal kurz, ja, hier. Das ist aber jetzt noch das Alte, ja, ich hab mir die Schnauze voll vom Warten, ja, ich krieg mich ja immer nur off, ja, und warum? Ich hab keine Lust mehr, mich aufzuregen, ja, ich vertraue dem Herrn Heil, der hat gesagt zu mir, ich werde nachher angerufen, ja, oder ich kann es ja alleine probieren, aber ich will jetzt erstmal nicht, äh, ich hab das Ding jetzt erstmal abgemacht, ja. Warum? Naja, weil das Ding nicht richtig unbereitet, dann wird das erstmal wieder abgemacht, ne. Ja, dann fing die da an mit Kündigung und so'n Scheiß und bla bla bla, ja. Ja, äh, naja, ich kann immer nachgefragt, ja, wie sich das verhält mit der Kündigung, ja. Ja, das hat gedauert, ich, da hätte ich nicht jemand dran hatte, ja, den mir denn gesagt hat, ja, das war der Heil, ja. Nein, nein, wir hatten nicht vor, sie zu kündigen, sagen sie. Okay, werde gern merken, ja, also, äh, ich bin auf alles vorbereitet, sag ich mal, ja, das ist nun mal so, ich bin ja nicht blöd, ne. Ja, das denken die immer alle, ja. Nö, ich bin so geil, ja. Aber da haben sie falsch gedacht, ja, äh, warum? Naja, weil ich jetzt angetreten bin, ähm, also eigentlich ja schon länger, ja. Aber richtig bewusst, äh, dass ich was verändern will, bei mir jedenfalls und in meinem Umfeld, ähm, ja. Ja, da könnt ihr da viele Daten wählen, ja, aber lasst es mal, ja. Ich mach es eben jetzt einfach und basta, damit müsst ihr euch abfüllen. Oder auch nicht, ist mir wursch. Ja, geht bergauf und basta, ja. Wie mir gefällt, äh, soll abhauen, ja. Ja, ein bisschen rumgelassen, ja. Ja, nicht wahr, zweifastet, ja. Wer bleiben will, kann bleiben. Wer gehen will, soll gehen, ne. Vor kurzem hatte ich ja 300, jetzt hab ich aber schon wieder 299. Das ist voll geil. Ich weiß ja nicht, ähm, äh, was das soll, ja, wenn sie die Freundschaftsanfrage annehmen und dann gleich wieder abhauen, ja. Aber gut. Stört mich nicht. Ich kümmere mich um so einen Scheiß nicht mehr, Mann. Ja, und du, äh, komischer Vogel da, äh, äh, dein Name fällt mir nicht ein, aber dein Vorname ist, glaube ich, Martin, ja. Du, Reini, du, ja. Ich soll dir immer anstupzen. Nee, ich stupse dir doch nicht an, Mann. Ich hab dich rausgeschmissen. So, ja, aus meinem Herzen. Versteh mal, nicht nur bei Yappi. Äh, bei, ja, bei Yappi und bei Facebook. Nee, komplett entfernt. Also stupse ich dir auch nicht mehr an. Ist doch wohl klar, was soll denn das, ja. Müsst du ja bescheuert sein, ja. Du kannst dich mit Hänsel und Kretel verbinden. Das passt zu dir, Junge. Das finde ich so geil. So, ich kicke jetzt ein bisschen Fernsehen, ja. Kinder, bis später dann. Tschüüü. Auf, Prost.